Als Ergebnis meines Verfahrens verspüre ich ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben fühle ich mich gut. Gestern konnte ich kaum laufen. Heute weiß ich nicht, wozu ich fähig bin. Ich habe die Konstitution eines olympischen Athleten. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit, die man nur beschreiben kann als übermenschlich. Und all das mit künstlichem Blut. Ich bin zu etwas anderem geworden.